. 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 Das ist der nächste Staub von der Oren, gebunden hat zur Freiheit und das Thema durch den Tag ist der moralische Familienschutz. So, was ist der moralische Familienschutz? Das ist ein wichtiges Ding, was wir von der Oren waren, wo unsere Menschheit als eine moralische Lehre reingekommen hat in Säuerfeldstädten, durch die Arbeit, was wir tun haben, wie es immer war, wenn Älter und Träubel sind, die haben zu tun, was dann passiert ist, in einem moralischen Leben. Und da schien es dort neidisch zu sein, einmal mehr von dieser Dinge zu erklären, wo das schon von Gott sein will, wenn es da ist. Und es schien es so, dass ich diese Jahre habe dort auch wohl durchgekommen, dass viele von uns Menschen nicht einen reichte Eindruck haben, was das. Und mir denke, am Anfang war es ein bisschen zu erklären, dass unsere Menschheit, wer wir sind. Und dort brauchen wir, um das zu verstehen, was eigentlich das moralische Leben ist, was natürlich das ist, was säilisch das ist, was jäßlich das ist. Und dort brauchen wir uns zu verstehen, dass wir aus dem natürlichen Menschen dort stehen, und wir stehen aus einem säilischen Menschen dort und aus jäßlichen Menschen dort. Und besonders in diesem moralischen Ding haben wir das in Betracht, wie ein Verständnis haben wir dort. Wir haben da nicht sehr viel von ihr Lied, ich weiß nicht, was die alle ihr Lied haben, aber wer immer das hielt, ich wünsche, dass wir durch das klar werden können, was unser Leben ist, was Gott geplant hat für uns und das Leben. Das erste Teil ist das Bild, das ich hier habe. Ich habe hier ein Bild gemerkt, um ein Bild zu erklären, dass es uns verständlich ist. In der Bibel fingen wir an 1. Mose 2, Vers 7, da fingen wir, dass Gott dem Mensch von einem Erd klügt. So ans tschärpel der Mensch, natürlicher Mensch, was hier auf der Welt ist, ist von ihr gemerkt. Und wir fingen im seltschen Vers, dass er an den Erd klügt, dass er bloß dem Mensch an den Näs nähen und leben ja Odem. Und dann ist der Mensch eine lebende Seil. So an das Einfahrt habe ich diese zwei Dinge sehr klar, dass wir schärpelig gemerkt sind hier für diese Ede. Und danach, dass wir eine Seil haben, was ein eigenes Leben hat. Wir sind anders als Tieren gemerkt. Wir haben eine lebende Seil. Und dort fingen wir an das Einfahrt, und ich habe dort das Bitterste, also das Bitterste, das ist ein Schärpel, was von einem Erd klügt, gemerkt ist. Und dort, wie wir verstehen können, Gott hat uns ein Schärpel sehr wundervoll gemerkt. Den Eich würde nicht von einem Erd klügt, so ein Ding merken können, als Gott hat gemerkt. Er hat uns erschaffen, wertvoll erschaffen. Und dort haben wir ein Fleischspot, das fingen wir in Römer 8 Verschief. Da sagt er, die, die, die fleischlich sind, sind fleischliche Sonnen. Und die, die jästlich sind, sind jästliche Sonnen. So, hier fingen wir, das sind zwei verschiedene Dinge. Also, wir reden nur von Feuer, Menschheit, was wir sind. Was wir in der Bibel fingen dann. Einten ist der Charpa, dort ist das Bitterste Port, wo wir uns das erste Chana liehren. Und dann, was sagt er, wie wir das Bitterste Port haben, ist das Fleischliche Port. Und das Fleischliche Port haben wir gekriegt durch die teuflische Macht. Dort wird ein Garten eingen, wo Adam und Eifer und nur den Baum gingen, wo Gott gesagt hat, dass wir sie nicht solle von eten. Dort ist, wo wir das Fleischliche Port klar waren. Dort ist, wo wir die Teufel uns gefangen haben. In Epheser Kapitel Feuer. Dort sagt er, dass wir sind von dieser Gefangenschaft, lausige Kaufworte von Jesus Christus. So, hier reden wir von ein jästliche Dink. Uns fleischliche Mensch, als ein jästliche Dink habe. Es ist nicht ein Dink, was wir sein können, es ist ein Dink, was wir haben. Und dann, das nächste ist die Säule. Und die Säule in der Jäst, dort ist es ja, dass wir ein Knäckchen haben. Und das Port ist dort, was wir uns mit Gott liegnen. Wir finden ja in der Schrift klar, dass Gott auf uns nur sein Ebenbild gemerkt. Und da muss wir ein Verständnis haben. Was ist nur der Unterschied von der Jäst in der Säule? Fangen wir an Hebräer Feierversch 12, dass Gott sehen wird, es so schaub, dass er ständig schaub ist und zwei Schnitt jetzt wird. Und dort kann uns hinten einscheiden, wo es seilisch ist, wo es jästlich ist. Und das braucht den Glauben, dass wir das begreifen können. Aber dort kann uns hinten einscheiden, dort kann uns sogar ans Charpa hinten einscheiden, wo es von Knäckchen ist und wo es das Pannische Part von Knäckchen ist. Und dort kann uns auch hinten einscheiden, wo es an die Gedanken sind, wo es an die Säule ist. Und ich weiß nicht, ob wir an die Dacht haben, dass ein Gedanke und ein Säule hat verschieden. Ja, das. Wir denken viel mal was, was nicht an die Säule ist. Wir sehen viel Dinge, was der Teufel uns dahin dachten hat, was wir sehen und an den Denkenden haben, aber wir lohten das nicht an die Säule. So Menschen, die waren doll. Was ich, was ich sage, das ist nicht mein Sein, das ist ein Rütt, ja. Das ist der, was hier passiert. So hier muss ich erkennen, dass Gott uns wunderbar erschaffen. Und das ist wie Sein, dass wir endlich feiern, verschiedene Dinge haben, wie in der Bibel Fingern, von dem Mensch beschrieben ist. Das redet von Säulen, das redet von Menschen, und das redet von jeseligen Menschen, wo wir jeslich sind, und das redet von wo wir fleischlich sind. So das braucht wir zu verstehen, noch besonders in diesen moralischen Dingen, in den unmoralischen Dingen, dort haftet du nicht mehr ins Fleisch. So wieder, wenn wir im Timer nennen gehen, von 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 20 in 21. Hier sage ich dort, denn das Recht Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Na, der 21. Vers, Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen, oder mit Liebe und sanftmütigem Geiste? So, hier sind in zwei Vers, was ich zu dem Anfangsklaus an denken, was Paulus sagt zu den Korinther. Und ich glaube, von dem an will ich dort sein, zu uns Männernieten. Dort regt Gott, es ist wirklich eine Kraft, dort sind nicht bloß wir. Wir fingen die Bibel, wir schreben, wir lesen die Bibel, und wir lesen auch, dass es Gottes wird, aber denken wir daran, dass da wirklich eine Kraft werden ist, an das Wort. An wird Gott gesagt. Dort sind nicht bloß wir, da ist eine besondere Kraft, was wir fingen, an der Bühne. Und wo wir das fingen, gerade würde ich euch erklären, wenn wir ein Verständnis haben, von dem ich in Jesu, und Jesu, der Mensch, sie, und wo er kann, kraft, schreien wir gehen. Und weil ich direkt war, und das Bild gingen, wird endlich erklärt, was ich will, dass der Teufel, die nahm uns gefangen, hier an das Fleisch. Das, wo die uns gefangen nahm, wo will ich Ihnen das erklären, wenn es Gott gesagt hat, wenn die von dem Baum eten waren, dann war die gestorben. Und dort kommt der Teufel und legt einfach fair und sagt, ich war nicht sterben, ich war glücklich, waren sie das Gottes. So der Teufel wird da alle lehnen. Oh, wenn wir fleischlich denken, dann haben wir das, ich habe manchmal immer hier geräumt, wo sie auch fleischlich haben, als das ist dort. Wir sterben, ja, aber einfach sterben, ich gehe. Aber hier braucht wir jäßlich zu denken, an das, wie wirklich sein können, was hier passiert. Gott sagt, wir waren sterben und das wird zwar ich kann zum Anfang erklären, wenn wir bloß fleischlich an Dinge nachdenken, an ein moralischer Leben oder moralischer Leben, was immer das ist, dann wollen wir viele Dinge nicht verstehen können. Aber wenn wir wollen merken, dass wir wirklich sterben und am der Gemeinschaft wird Gott ins gemerkt zu sein, dann wollen wir das besser sein können. Das ist, was hier passiert. Also hier nahm der Teufel die Macht und hier nahm ich das Ich. Die Ich-Kontrolle, die Ich-Mensch, was wir fleischlich haben. Ich was er down als Ich well. Das ist correct, was der Teufel hier hat. Die lucht uns und erklärt uns, dass wenn wir ans eine Welle nachgehen, dann würden wir all das erinnern, was Gott erinnern kann. Und was so muss der fleischliche Dacht stimmen, was der Teufel sagt, wenn es das war, dann fährt uns noch dort. Dort sagt er nicht. Er sagt, die waren nicht sterben, dort wo er uns verliehen leiden. Wir wollen nicht an, wenn wir das Eck haben und ans noch gehen, dann und dann was passiert dann zu der letzte Zeit, sagt es, dort schickt Gott seinen Sehen, Jesus, und er mögt hier ein Weg auf. Dort nennen wir Gemeinschaft. Er mögt das ware auf, dass wir keine Gemeinschaft haben mit Gott, der Baum des Lebens sein, was in Garten heiden noch wir, da mögt er nicht der auf, dass wir waren, können dort kommen. Durch den Glauben, Essen ist von uns, sie sind gestorben, wie sie gestorben kriegt von dem Eck. Den Eck kostet los waren. Und dort braucht wir nicht bloß so von ungefähr zu glauben, das ist dann mal passiert, dort hat eine Kraft, so es ist hier in Erster Korinther sein. Wenn du das dem Glauben annehmen, dann hat das eine Kraft. Die kostet eine Allmacht schrien, wo das stort es ist die nicht Eck. Und das verbringt wir das los zu loaten. Und was passiert, wie die den helligen jahres hier so nennen. Das Positive, ja. Erst wir den Garten neiden, wir können sein, runder gehen, oder ein Feuer kommt, und gehen, dann wir eintaken, das wir negatief. Das wird uns wird zum Tod bringen. Und das wird die Menschheit negatief. Nur von der und der letzte Zeit habe ich eintaken positive. Und hat den Glauben an Jesus Christus gebläut, dass er die Sinde betont hat, und uns los gemerkt von dieser Gefangenschaft, so dass er ein feier sagt. Er hat diese Gefangenschaft gefangen geführt. Und durch diesen Glauben habe rück kommen über das. Soll ich mit der Rüte kommen oder mit einem sanften Geist. Wenn Jün hat was ein Rüte sperren ist, ist okay. Die Rüte wird mehr an das fleischliche Mensch schaufen. Sie sind besonders sorry. Wenn Jün hat was brennen über was die hören wollen und Jün Jez kommen seien, dann weiß die das noch hat fleischliche Mank. Wenn es ich will verset ihn so bringen, dass die jäßlich Worte in Verständnis kriegen, über das Leben. Dann wir gehen in 1. Korinther Kapitel 5. Vers 1. Ich lesen. Es jäht eine Gemeinde rede, das Hörerä unter euch ist, und eine solche Hörerä, davon auch die Heiden nicht zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Weib habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen auf das, der das Werk getan hat, von euch getan wird. Ich zwar, der ich mit dem Leib nicht da bin, doch mit dem Geist gegenwärtig habe schon, als sei ich gegenwärtig beschlossen über den, der solches also getan hat, in den Namen unseres Herrn Jesu Christi, in eurer Versammlung mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi, ihn zu übergeben dem Satan zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist selig werde am Tage des Herrn. Euer Rühm ist nicht fein, wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich versäuert. Darum feget den alten Sauerteig aus, auf das ihr ein neuer Teich seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Austerlamm, das ist Christus für uns geopfert. Darum lasst uns Austern halten, nicht im alten Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süsteig der Lauterkeit und der Wahrheit. So, wie können sein, ich kann mir das schlechtste Kapitel ütgelees, was wir in der Bibel fingen, immer unmoralisch leben. Und die Ursache worum ich das well doen, als wir sein in der alte jane tiet, fall dort fall juhl an so jeres leben an. Und das ist, was wir von dem machen an Menschheit. Ich will nicht sein, bloß Männer nicht. Das ist in der ganzen Welt. Es ist dort, dass Menschheit unmoralisch lebt. Und hier redt Paulus von, was er da hat. Wo ich kann sein, wo furchtbar sind jene Gottes. So sind es furchtbar jene Gott. Aber weht ihr was? Aber ich kann sein nicht das furchtbar in alle abstopseln. Ich will nicht die genut sein. Jesus ist gekommen, dass wir los können. Und das wird wir lesen und das wird Gottes eine Kraft sein. Das ist was ich vertellen. Wir sagen es , dass es passiert viel bei das tiet. Und es es sehr viel von unsere am moralischen Leben tunen. Aber ich will diese wechseln lernen, dass es ist ein we darf nicht in Bane sein. Wir haben ein we anderes dort. Und dort sagt er im 8. Versch wir wollen ans Oster holen leben in Nia zu dich. Wir können sein dort nie leben das ihr verstehen können. Dort wo Bane wie will Oster holen und wir können los kommen von diesem Ding und dort will diese Klasse in Lange reng haben. Wir fingen dass die menschheit und ich weiß dass das erste was da sein wird wie alle fingen will erklären worum ich glaube nicht ich so eine Klasse habe. Wenn wir fingen dass so viel so Trouble sind als das wo menschheit nicht gelehrt sind worden. Was wirklich das wird Gottes lehrend hat in diese Ding. Leiden von das fleischliche Leben. Die versägen ihr Leben zu wieren ab in fleischlichen Wach und dort erst wird die Teufel brücken uns ein unmoralisches Leben an zu bringen. Und wie wurde durch diese Klasse Meier von dort hier. Das soll den Könnt gedone worden sagt. Paulus sagt in dem Namen von dem Herrn Jesus Christus als eine Kroof Gottes wo von wir können loskommen von diese Ding. Er will das Poet den Satan übergeben und hier will ich ein klein bisschen von reden was mein das weil er sagt ich will dem den Satan übergeben am dass er getweelt wird vom Satan und dass die Seil soll gerad worden oder der Jesus soll gerad worden so hier ist ein Geheimnis zu verstehen was wir brauchen jeslich zu verstehen wo das meinen das so wir denken vielleicht so lang dann sagt das feier ist los dann dachte ich so ein Mensch das heißt nicht nur Jesus das heißt nicht nur Paul ist wenn er sagt ich will dem den mensch der satan never geben und dem quälen kann aber hier brug wie das zu verstehen wem will he den satan über geben das fleisch gepaard das was he dem satan will über geben dort die satan dem quälen dat und we we an diese sind lewenden und das fleisch lewenden dort is wo die satan mit uns schafft und he will dat fleisch den satan über geben dat die satan auf so waag wird schaufen dat die mensch abweicht dem juist ein levendig woat die seil soll ja raad wo so wann die dort brennt in dein hart wann du ein amoralisch lewe hast du checkst vielleicht noch pornografie oder irgendeine dinge staat oder hast noch lost an die brennt die dank schein jesus he we ja f dat den satan die quillt dem die satan sagt ja du bist die dam die bass in sin die satan ist alleine in en was soll ich sagen sondern wat er fliegt wat ein flug geeft die mag uns bedreck feile die mag uns schleich feile die mag uns schull feile die mag uns erreicht ohne alles dat die satan und dat wo he sei so ein mensch wat dit dat wohn mensch wie denke dann bloß an dat eine person do man die mensch tot dat an die ganze person dem satan schmiet dem na hal an ach verstor dat so ein fleischel mensch dort port ach brug bei me mein fleischel mensch dem satan te ever jeven dat die me so gewählt dat das fleisch nicht war wat tun dat die jest am leben chomt dat die jest rat wat wie fing ein vers dat zeig van dat fleisch lieden dat dan het die mensch hat met sind dat wat passeren dat dat du mal seien wat schwor dat die gewassen has dat dat jest nicht schoen dan fangt die fleisch an te lieden dat jen schloppen dat je wassen los lo dat dat dem satan lo neem die quäle so seien as de well dan go no jesus christus dat is de heilung en de leisung wat paulus hier seien dat hij dat den maal eva jewen den satan wens hij weet dat de mensch leeft fleischlich dan reet van dis in so de when we dat alle akceptet en wie dat alle aunehmen as dat so ganz christen leven ach se niet ganz volkomen uber matth halb blieven wens ex so fleischlich hier wel ik nog lot de kler on jew dat on jew van onze tjarpal die je fielen natuurlijk die fielen in fleischlich ketto ben krak an dit on moralische leven ou moralische leven hij jewa jaf dem de satan hij sa jie dan ik fein jie weite nich dat am best je so de den ganzen tjarpal versoot hast do mal an dach wun die ains on klin bas jab din gewassen has dan wot din gonz lewe su du verstehst di selts nich maja di kast nich maja beden di kast nich maja na tjok vorn maja di kast nich maja vorn papan kommen oder vorn da ins gonz tjarpal es versoot van en klin bet su di want wie in klin bet tjofleisch riem lot n ans do as wud it in betracht kum dat wie weite dat nich vele van ans mänse gojn raam mat en verplaudet je was en se weite nich wa los to kommen hier brug wie des erkan ist dat wie werkelijk fleischlich en sin sind en jeslich so se den reimer kapitel 7 sagt also sagt Paulus konak seine dat maat min anhalje mänse dein ekt den leiven got en maat min fleischlich mänse dat je saats van sin dit brug wie terricaner dat ans fleischlich mänse zich niemals bekeer wat de konik ob ans jesel die anhalje mänse die entschädung wat we do maak in gläuwe jesus christus an to nemen do as wo wie levent do en dat meint wie waren van hier dreven en dan jette leven ruut en so go ans fleischlich wie kunde zaa ans ak is anders jy weet wat ik zei dat so mänse zaa dat zaa ak je persoon wo an is ak jesterven as doot as ja die zo die ruut je doan as dan haven ni wat ruut drivend het dan scha we so go den fleischljen mänse ozen leem jokkris zaa so das heilung das ne karalf ben fecht den oulen zood uit en hold dat ostre im nie zood dat zwa ons dat leeren wel dat haf te donen maar ans fleischljen mänse ruut en werklik ans jessel mänse wat däuch den heiljen jes wat vi kreien van god anders denken as eis wat haf na hons sprek anders denken wem sain des peet bekannt wat halpe die zwa pausel nich dan weet jik kreik wat passie met die peet uber dit as anders denken wan die hier chicken da zit en muk jit elend peet wat da krank is en dorm trubbel haf leich warm haf neus haf ja der is de oula zude wo wier spanne leben teiden der is wo an wie ons krank en alles wat ik zei alles krank wier wie kik is an wan wie do wale met voren en wud wie nemen en do en do den sodel abstalen en peet sit na kraik sou en der is wat veel van ons mensche wale wie we ans en fleisch do wel wie den helden jes nab leien en ob left ola krank dat is dat loten dat wie moade ma imal anders denken wie kenne nicht fleischlich denken wie brocke jes licht denken en dan sa dat anders nap dan sa dat is dat nap na ma imal ja dat andre piet dat chan die all ja dat maar imal zet dat piet gans anders kaste wanne exist dat sa dat dat sa na ha stet sa ma eilig to die leib dat dat piet sa ha wat na ha dat heng gans rauf wanne du mal anders dänke dat dan hafde die sa gode kap na hafde kap na ha en sa dat hafde rauf en dat as de ungescheit wat we bruke anders te dänke jeslich mat wie mal nantje kken an des ding so sit in de moralische ding en onze sexuale last kwa sae we dänke bloos wat dat van een last is waarschein dat wat gonen ober we bruke anders te dänke wie scho verfeel met mensche wat en grote trubbel zent en wens sik to jugend ook reden do to jonge menschen ook wel ik dat vertalen dat z'ia fele van die eie problemen en die kan zene je habe äldre wat die weet wat nicht glücklich sind worum is dat well die zijn jonge en die chane dat vlecht niet wat dat krak as so but wel ik z' dat z'ia feel met te doen dat z'i moralische leven niet chane doen die zijn in an moralische leven verweckelt wo mert z'i niet chane in eie leven leven wat zich met got liggen dat en dat is dat jesel gepoet wat zich met got liggen kan en wanne ze fleisch lig dat moralische leven leven doen dan liggen dat niet no god en wanne dat niet no god liggen dat en die we de bibel lesen want dat reed van verglijkt dat himmel rijk mat en befriedet leven dan schaven nicht verstoene wo zal dat himmel rijk mat mina elre oder grau verrasch oder mie verglijkt word stemmt je goe nich en dat haf te doen met dat zovele sind uitgegleister ben wie han ich geliet wat gott werkelijk wol wie han mol natuurlijk geliet wat sex leven as so wan wie nich mol natuurlijk geliet ha waw han se nat jen charpa to beleven dat dat no gott sin val en as dat zacht in de bibel en ste dan wo han se je beder verhingert dan schree wie nich dise wat hoff je connection mat god so dat is neidig dat wie dat natuurlijk ook kan doen dit sei er kemp nich bloos van van de on dit zijn ding wo dat vals as zachtjes nan gekomen correct is dat vals israel correct is de korintha die fange en nie en so dich an ober die jenge treg ware en er olet je sat leven en en dat is correct wat bij ons passeren dat unja ons dat dit on moralische leven cem zo stop voor stop xai van een generation of andere wie channe met elt lied vertalen wat hast die 70 johld sind die ha ab 70 johr nach nicht die erkant is wat got geplond ha natuurlijk en dat je schleichs leven te hebben die channe dat nicht die had dat bloes ab zo'n natural johr vach zes fei geleerd en het diestere we en weet je wat dat is op fleischel johr wo die teufel zine maag haf gebrugt om die sachetje seine dan in te rie johr so is dat is dat wieder gegaan die hebben en spazier tids is wie dat an engelsch schrijver dating time wo jonge miaal zich goet zijn en anfangen toop te komen die zijn en amoralische befeilung in fatale benne gewaast en ze han niet gemocht wat de teufel deed ma tot die zijn gebungen door benne als chinger hebben ze wenig erklärungen getrehen dat is wat wij fingen doen ze ja veel zijn mijn oure ham ni nischt erklärt hij ha bloes je zei ziet schmack jes alle fein zijn wanne je spitzeren doen oure ze zijn jes niet bediest jes jes lompelijk ha dat is de erklärung wat ze creën ha na wat mijn tot mi is tot wichtig dat we aan deze ding abweiken doen en ik wel jonge menschen jonge menschen alle seien dat is een van de steden wat we fingen doen en dat het brukt in centra waar menschen je helpen moeten wein zocht en dat brukt veel aanstalten dat brukt zeie veel dokters om narven pellen te hebben voor zeie veel vroes dat we niet werkelijk een erchantnis hebben wat moralisch het leven is waar de Bibel zo klo van reden dat vele hebben het schein ook niet elre hoort gehad waar ze van deze dingen kunnen reden enma bleid enma schuchter enma angst want dat ding in betracht heim van dit dan wordt ons angst door te reden het weer schwoar op te merken en weet je jugend dat is niet bij jins dat bij elre zo dat is dat ook schwoar woeram wens de toifel havens door neanje tre die havens gebongen door bane die havens go en deze ding neanje tre dat we vele van deze ding ontvangen los te laten denken dat wat blis zo dat we zo je hoort dat we het al zo ver me na tjaas dan hoort we dat ook al zo dat je goot je zijn lieds en je meinten wat je bongen zijn aan deze ding die hebben amoralische weidogen hoort wo ze niet haar nach her wuiten de fingen zich niet tre en de jonge menschen wohnen wossen ab en je zo'n apetrat jonge stot en die zijn verbistert en vertwiebelte ben er tjaan en ik wo er ach in or has vele vroes personen die goene aan depressionen aan van deze sachen die ertjane niet wat werkelijk jemeinschaftsleven is correct zo'n adem en eifer die horchene en de fleischel je stem en wo de gelijke klug te worden zo'n got dat wat passiert dan jonge tjaan dat wordt het amoralisch en geplant wat zo'n goes fief bat ach joh feng wie feel dat wat do al nene geplant wat de teufel sagt die was klug war en weet wat goet en basis jah do ma chance die do ma zuck en mensch war en zes hola he leech feer dat je tem dood met dat ober weet je wat je as help fair wat is de grunt feelt door feelt om al bed de kleid an te trekken of feelt om al strengere je boot te bedel re nou dat veelt op te sluiten dat is to gesloten de teufel heeft dat in een paar keiten aan gedaan en heeft dat to gesloten zei maar dat veelt op te sluiten wat veelt op te sluiten ons hoortje ik would say het eerste ons als elren ons feelt dat hoortje op te sluiten dat we moll los werden van wo die teufel ons gebongen haft en wam we een op gesloten het hoort haus elren te onze tjenga en des saag dan tjene tjene ook een op net hoort ha ik leef niet dat we durven aan kleidie en meie je bote meie je satzen meie streng je bote reelen melken zo en zo had de lampe licht do in dis sto do niet op gas alles je sat het je alle melken en ik wil zeggen dit zijn alles goede dingen do wein over de leis wat we niet finden want wie niet wer op schlitten en ons verbrooknet hoort mel opmerken en ik zei ma het fang bij alle aan en wijk wel de juken dat zei en we dat hier en dat denkt dan mag din hoort mel op te got vroeg amel wer haf meie merkt te wat has meie merkt wat is dien plan op en en die jong zijn niet de schrijft en ik verstaan en got no wem wer een opnet hoort haf en verroogt melden no dat zijn zo veel leis wat we ver her doen en dat we niet der van het eigenlijk nen volgen waar so veel mensche benne sind dat opne hoort is een antwoord wat ik kan geven want we werkelijk een opnet hoort wat is ha to God en de moralische ding van am ertjean wat heine bibel geleerd haft en we wel er loot dan ho in kapitel ha wat he im oule bundje zegt dan wordt de ungescheid as hem nie bund of dat hier werkelijk leisungen zijn wie durven niet benne zijn ik zei een opnet opgesloot net schloot net voort hoort dat is wat ons fehlt ik go no de voort is het voort as de gerad de schoots wat passere kon maank ole mens en ik wel de jonge mens zei wan die verbongen zijn en on moralische ding en gedanken oude een bekker beteken wat ammer dat is oude en june spetsiert dat die klore he zijn ding wat passere doon wat nich moralisch is mook je hoort op to ireng zwaem dat die in halbe kon ammer mook leisong zeg leisong to ben eerste korinther saas saas tien bat twintig ouder wisset ihr nicht dass wer an der hure hangt der is ein leib mit ihr denn es werden spricht er die zwei ein fleisch wer aber dem herrn anhangt der ist ein geist mit ihm flieh die die hurere alle sünden die der mensch tut sind außer seinem leib wer aber hurt der sündigt an seinem eigenen leib oder wisset ihr nicht dass euer leib ein tempel des heiligen geistes ist der in euch ist welchen ihr habt von gott und seid nicht euer selbst denn ihr seid teuer erkauft darum sollt preiset gott an eurem leib und an eurem geiste welche sind gottes och ich dem hier und ich will nicht unbedingt reden von bloß de fleischel je hurere die wat da passieren dat ob wat do wie werkl sind wie werkl ein fleisch mat gott sind wie mat das ich das bild hier hat ein jäst mat gott oder sind wie in hur a rie bern dat wir stout wie es nach uns a kontrol lot en quite den vorder red ik my so na die kost je doch nicht an se ching dat feine wat gott an se jävt haf dat scheine sex je viel off seien no dat will wir nie mails wenn so have gott se jävt not will we 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 merken dat seie viel wird en da we will hoch schatzen we 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 on fleisch off seien on fleisch le mensch we can he haare do we do an an himmlischen vorder or we do on se lehna do in an fang beides on fleisch is je fange genome van des lehna so ek had cheine genod eva fleisch se haf gott dat is blos do dat is wat got said am an fang du was storven dat is wat is want die in fleisch lewe is das cheine andere genod as do dat is wat het hier ut bring wel dat wan wie wer eind fleisch dat is waar taup is die war eind fleisch charpel lech dat is waar het en sex lewe man en früh jungen miaal schawe zei want dat je passiert is die war was eind fleisch van dat op wanne ze dat fleisch licht done dan zijn ze niet eind met god daar zijn ze twee daar zijn ze am dood en dat wat je ruit brengen dat dat we am jes een fleisch zijn met god wanne du maar dat baas dan leefst die niet in lost wat dan dan schawe er heb niet befreien jo natuurlijk haf god den plan seilisch haf god den plan jes haf god den plan dat jes je poort is am een knexion met god dat dat god zijn wel te zijn en en gelijk het eigen leven te haf wordt zich met hem gelijk het over die teufel met zijn aan moralische ding die maak een haal hier van dat is wat we even en even maken en dit jonge mensen en die jonge oude mensen te zijn we kunnen van de ogen anderen we der we niet in deze generation zinde wie daar met aan wie ten los daarvan hier een bild van die generation zinde wat we maken doen wat er weer aan en het ontstaat veel van deze zorn en die zorn kunnen we zijn van wijder tegen onze verhalde denken en kon zijn van amoralische leven want een mensch een amoralische leven is die kiemp dem zorn aan en wat passeren dat is van deze zijn zorn van mijn voren of mijn zorn dan passeren schmerzen aan mijn hord dat dat me we en wanneer schmerzen passeren dan geeft mij dat na angst wat van angst mi is angst wat vader wat doen en angst wat mutter wat doen en angst wat echt wat doen dat is waar we naankomen van dat en wanneer deze angst ha dan dat de teufel aan beiden wat te brukken en dat zee veel moe last dat wat passeren dat en jong wat angst haf de zek wo er fleischlich help ne me wat angst tuss is de rante begaas en zek zich een jong die wel hun ja den jungen schutz haan ja tuss 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 dat is na angst wat die drift en ze lost die met non jong en wanne ze lost non jungen dat ze do de schutz wat kree en sted tuss bij de elre dan feng se jungen wat last haf wanne ze kan zet eerste connecte en when last and last to kjem dat veroorzaakt dat die teufel die leeg den war af er do dit dan wordt het schein er gaan dat is wat passierend het do has een kontrol wat in de jong is wat gedreven wordt van de angst wat van thuis is en de last drift naar wat jong gaan een zelfsbeflatjing na zo doen niet alles die gaan danken wat ze aan willen dat je het me het moe voet zom sex en waarom de teufel drift de last en wat is door as dan is zorn door wat junker old want die van die van met dis zorn tot en had een sigmoel raf u cjem tot her want die niet kontrol has over dien zorn cjem tot het lost ou die has niet kontrol in dine gedanken wen sex lost sigmoel raf dat is act dat fingen dat wat bij dat paseren dat wo die teufel van een generation of andere wader en wader jet en we fingen dat zei klaar mank ons oh dan zei is sammel dat is ok want die zich dan nu befrie en lot den sex af befrie dat is niet zo slem als wanne ze alle weg gaan ja wel we anfangen van nummer drie nummer vief te schofen er we 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 dat steet er niet bloos dat is een karal wat we brocken chanen over de word jonge wat we fingen en ee leed wat verhaar van doot niet is not de genoed gebrak wo we van doot san wo we los chanen dan work dat wie dat en we fingen vee lide zei we han schoen het ee leven dat schoen ober kan min en ik wil nu niet rein alles bloos in deze last en schoen die toefel of andere we ook wat we fingen man als mens is een grote poort van deze last en dat kan met een hoog met hoop zijn hoog met is ook eind dat we dan wel het zijn wie he la en mij is emma want we dit had is die hoog met toby so dat poort ding wat we zeer klo fingen dan wat am hoog is next to je toft ohne ware je burt dat wat we feel fingen en ik wil je dat alle gelijk het herklaar want je werkelijk wel en christus ham hoog de kerof wat wat got saak dan woi dat niet bloes lesen dan woi dat leven en woi dat leven dan we feel sind stil en jans ik zei maar die hat in stil opgehaakt hier te zijn in deze controle die zijn hier voort die werken des fleisches naam dat die zijn weg die hebben je bejaunt en dat is wat veel mensen doen die schofe ik weet manche en die zegt ik schofe zei met meine wat en andere die zegt ik sie maes los van pornografie ob weet je wat het is die is hier boven met schofe ik zei maar we bruggen alle in bas haka we moiten onze haft en bas haken anders dan komen alle kreuz die daar ruit joh en jau waara eva en jau waara eva en man na dan ren is dat was bloos we hier rauf gonne dat is wat ik wel roden werkelijk deze ware geburt wat passiert is met dat is getoft ohna ware geburt wat jaf dit zon ter heb ag meine dat boos de meint na wota tofei hier so kan denk wie fengen 3 anhalts van tofei an de bibel besonder eind as de reinwaschung die tofei des johannes zur buse wat dan alwe dat de reinwaschung wat en reimer saas vers 3 saas weet je niet dat al die wat getoft sent die sind to jesus christus getoft zodat broek wie klote har dat wie stoven down en to de sin nicht bloos to die werke des fleisches die werke des fleisches komen vorn uit dem hoort uit de sin ruit want ans hoort nach en sin is want ans hoort nach en last is or en hoort mit es dan broek stu en bas haken to am am ar hoort en en ek brok dit as en biespel da mazt du alle oven bus doen alle oven ware peknei go en god koste mi verjeven ek ha ware so es am ja gottes gnädig verjeven min ik kon ware schlupen nächsten dag ware god ec ha ware dot sientlich wo dan benne zent dan ha we na nicht dat wie brokken de kraft nicht bloos dat wo gottes wo hat na kraft wo benne we lewe channe en wie brokken deze angst deze last deze verbeternis deze hoogmiet dat brok wie ter tja dat wie zan verloren zan ek zain ma wie ma gan som einkommen dat wie da an kommen dat is nix tempel gottes wat krijg hier want dit tempel gottes is wat do we hier in planten wat wordt got have got en tempel angst haft hij en tempel betterness oder last der hoogmiet nee hij haft nicht we we brengen en dat loote ab te fallen met zain galt met zain steiner met zain selva dat wat we hier benen willen ha dat wat we brengen te ertan dat solange hier betterness is dan is hier sin ben so wie zain dem haren sin tempel do as wo he benen sin dunst well doen wie zain die er kauft met ne kraft nicht bloos met wo got des wo as die kraft schafe zain aber wie brengen die an ans aktief te merken du moet wirklich glauben dat die verbattert is oder ein los bas dat das ne kraft ek doof im gebeden um jesus christus zu gaan en bring an dat en wanne ek dat noem trit stou los loten do dan fällt hij me op met ne leib ek se angst kraft en v kan ne leib kregen ja en wanne he ins hier leib na plant dat dan wot se tempel for ich weet wat dan hier ruit was en dat früchte des geistes wanne die früchte des geistes jibane has den heiligen geist nenne ich die ist dan wost do leib ritt dan wost do fred ritt dan wost do fred ritt en jidult en kost die dal war wanne jidult ich bas tam dal war dan brux diese stutte sen do mo next moment dal bas check of die open hang has wuss stank dal san ein man seht mal to me wanne die dal best na lei die bluss schwind plott op a buck do dan word it ever go das ist ein einfache ding wat we te chane brücken got das wo het wo het en du hast ne kerof ben wanne we diese dinge des entscheidung wanne merken hier sind 2 sorten van chärperlich jeslich en natürlich wat we an dinge moet ze klo ha dat natuurlijk as so got des walt geplont ha he hof an chärper gemerkt natuurlijk en dat jes schleichs leven wat he geplont ha van maun en früh dat es een natuurlijk ding toom dat meie mensche jeft ja oba he hof nich bloß chärperlich wenn zwan bloß chärperlich ha dan wird wie krex fai dan would poort wat nan gezaad an ons mensche wat an jes sol het weet ha en wie nan dat hier verdese ird as het seilisch chefe zei ap englisch zei we emotional wo we an top connected en de gemeenschap van maun en fru en dit moralische leven en het geschlags leven do as ne besonder weet ben wat got geplont ha wat se krex lig met de gemeenschap tweschen an z god a k min fru w kane hi ab des e e ne gemeenschap le wat se kraag liggend met jesus in de gemeinde dat ha fe jos m bies spell gebrugt en dit is nich bloos charpelig dit is di pas charpelig en dit is wat ik junt wut gleiche to boorn dat die dat van junk ook van oud beleven chan wens dit is wat ons beschutzen dat van deze teuflische macht hij versiekt ons do natuurlijk over kop te drehen ik broek dat woord maak mal in charps kop wo am in charps kop veel man en fru is die lewe was in charps dat wat en charps broek duk man en fru en charps haf ne macho bloom en die haf ne ember bloom die macho bloom is de hoog boven die nie man in charps dat je hebt dan die ember bloom en ik zei die bovenste bloom die befrucht die onderste bloom daarvan die charps in zult en dat je meia zo zijn wie mensen aber weet je wat we zijn niet blos in charps we hebben een zuil daar ben wat werkelijk een gemeenschap is wat zich likken tussen ons en God en wat we dat fingen doen dan hebben we een dupe wetvolle gemeenschap als eigen lied en ons jessel leven met God likken zich kreik dat om gedreht dat jessel leven likken zich met ons en ons met dat Jesus sprook dat is een biespel en dit to fingen is wondervol die eigenschap van een eigen brug en hier wil ik een klein bedstje van reden van ruimer 7 vers 1 en 3 hier brugt dat het biespel van maan en vrouw want die verbongen is met een man die bevrietest gaan we zijn een vleesje worden seks gehad want we plot iets reden willen dan is hij verbongen met die man zolang als die man leeft no got zijn gesat no want zijn een andere man had en half sex met dem dan is die een eugen brengen dat is god zijn gesat dat we ons niet gedacht dat schrift hij zo 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 van wanne man stof dan is los frie nou god zijn gesat dat zij kan naar andere man gaan dan zijn niet een eigen brengen Dann wurde er schoffen. So ist es Angst. Wenn du in Angst bist, und du warst du auf Frieden und Frieden in den Saaten, dann wurde er das verdriet worden. Und das ist Gott's Wort, die Kraft zu werden. Wollt ihr das, Daniel? Am glauben.